Ja, hallo und willkommen zurück zu The Platinum Let's Play Half-Life 2. So, jetzt bin ich wieder nach stundenlangen Zocken hier an die Stelle gekommen, wo ich, oder kurz nach der Stelle da hinten, war ursprünglich die Stelle, das seht ihr jetzt bestimmt hier, da hinten irgendwo, wo ich ursprünglich das letzte Mal aufgehört habe und, ähm, ja, da ist alles nochmal durchspielen müssen. Und jetzt bin ich eigentlich ungefähr wieder, also wieder soweit, denn das passt wieder alles. Und das lag gerade irgendwie ein bisschen. Das ist nicht mehr geplant. So, aber das ist auch egal. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich soll es nicht lag. Das ist halt die Orange Box, wir lag. Oh, oh, shit. Stil. Stil. Ungewöhnlicher. Stil. Stil, mein mächtiger Sekten. Stil. 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 Oh, scheiße. Was war das denn jetzt? Okay. Ja, scheiße. Scheißwand. Scheißwand. Danger. Oh, ich habe wieder tolle Indie-Games bekommen. Zwei tolle Indie-Games. Und in dem einen habe ich mich fast eingelassen. Ich bin halt irgendwie mal so Indie-Horror-Games. Ich weiß nicht, wenn es dann noch so früh abend ist, dann... Ich weiß nicht, wenn es dann noch so früh abend ist, dann... Dann, ich weiß nicht, dann... Dann kommen dann so Geräusche und dann, dann erschreckt man sich. Ja, so ist das. Jetzt wirst du bescheiden, ne? So, ähm... Insekten tötet. Tötet Insekten. Tötet. What the fuck? Wieso konntest du mich überhaupt treffen, du Arschleiger? So. Oh, du bist schon tot. Ja, besser so. Ich bin dir voll in die Fresse getreten. Bist du sonst jetzt tot. Und nicht nur tot. Und so. Weißt du? Mäßig. So. Weil, ist da noch einer drin? Ich hoffe mal nicht. Oh, da fliegt das Flugzeug dann weg. So, ich hab aber mal da gedacht, die... Unter... Den Untertitel einzustellen. Da spiele ich immer noch nicht Deutsch. Da ist, obwohl ich es nochmal neu installieren musste. Ich hab gedacht, vielleicht kommt dann Deutsch auch nochmal zurück. Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Da wählt es Deutsch einen Untertitel. Der müsste aber funktionieren. Soweit ich weiß. Hoffen wir das Beste. So. Tt, 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 tt. Ah. Oh, breit, vorher. Da ist der Sofort. Tt, 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 tt. tt, 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 tt. ob es ist es ich brauche noch ein paar von deinen frauen kommt zu mir kommt zu mir meine diener kommt anscheinlich kein bock trete ich auch nicht bei so einem arsch auf jeden Fall diese coole leiter da dreht ich euch voll in den Arsch ey fuck ich komme nicht von der leiter runter ja geil ich weiß nicht manchmal hat der einfach probleme in die leiter runter da will man die leiter runter und dann uh du gehst von der leiter runter fick dich doch nur noch die leiter so habe ich exklusen mit die schusstasse ey jetzt rein ich hier an der leiter vorbei gut jetzt jetzt soll das ein leiter nicht da runter werden gut gemacht gut mein Padawan so was bist du denn für meine äh 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 ähm okay okay jetzt renn jetzt renne ich nochmal hoch und es funktioniert es funktioniert es funktioniert dass ich da hoch kann du blöder scheiß Headcrap äh 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 ich hasse es lädt immer noch es soll aufhören zu laden man das Spiel an sich nicht so cool wäre dann dann wäre ich jetzt traurig äh aber das beeinflusst schon ein bisschen den spiel spaß und äh die freude am spielen und so weiter und so fort so was labere ich eigentlich heute wieder für ne Scheiß ich komm grad selber nicht drauf klar was für ein Bullshit ich eigentlich grad labere und ihr lasst mich bloß in Ruhe fehlen dir grad die Beine ne ah fuck blauch 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 jetzt mach ich einen auf lautlos im Keller aber was 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 das das was es wird nur vorne int ach 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 Oh Gott, ich will doch mal aufhören, die sich um die Geräte zu machen. Das macht lieber was sinnvolles zu machen. Ich hoffe, dass ich ihn treffe. Wir treffen uns doch. Boah, ihr sollt doch sterben, ne? Wenn ich euch treffe. Ich mach da tieferer Sinn dahinter. So, komm ich da überhaupt hoch? Komm ich da hoch? Ne, ich komm doch nicht hoch. Okay. Okay, dann treffe ich aber. Stopp, 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 stopp. Irgendwie war's das denn? Ich glaube ich hatte nicht mal viel zu tun. Ich schieße jetzt einfach weiter raus. Waaah! Sternt, sternt. Was ist denn so schlimm? What the fuck? Ich bin gleich am sterben selber. Okay, okay, was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Erstmal das Wichtigste. Spiel speichert. Sandlöcher. So. Die überschreibe ich jetzt mal. Sorge schafft. Der lag aber jetzt nur da dran, weil ich gespeichert habe. Das hat mir die Speicherkraft schlechthin gegeben. Speicherkraft. Ein neues Wort. Oh so, es gab schon mal. Das ist nicht mehr neu. Das ist genau. Oh, kacke! Der wirft Granate. Äh, hat ja nicht viel gebracht. Spaß, ne? Außer hast du mal verbindet. Nur wir nicht. So, jetzt würde ich ja mal hinterher. Ich würde mir gerne was mehr Energie. Das ist aber in diesem Spiel manchmal handelbar. Manchmal hat man sie, manchmal hat man sie nicht. Das ist gemeint. Unsozial. Antisozial ist das. So, was gibt's denn hier? Ich hab immer noch Energie geholfen zu bekommen. Bitte, lass mich in Ruhe. Hier. That's what you get. You got some HIV. Yeah. My English is awesome. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gekriegt, aber okay. Aber dafür krieg ich wieder Anzugpanzerung. Ich krieg Anzug. Yeah. Jetzt hab ich gleich wieder. 75 Anzug. 75 Anzug. Das ist die neue Maßeinheit. Für awesomees 75 Anzug. Okay, ich hab noch mal einen Raketenwerfer. Ja. Darum fuck with the guy with the rocket launcher. Launcher. Andere. Ah, ich hab noch einen Blick. Hey, Bitch. Fit. Oh, kacke, da ist keiner, komm mal hin. Das bemerke ich immer zum Schluss. Ich sehe genauso aus wie die Gegner. Äh, fang alles falsch an. So, der Rocket Launcher ist wieder geladen. Wo ist der gegnerische Normschiff? Der ist da. Hey, das geht noch nicht weiter. Ich will die Rakete haben. Fuck, 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 fuck. Da hätten sie ja noch mehr. Hä? Where are you, bitch? Where are you? Jetzt, wo ich eine Rakete habe, ich will die. What the f- Fuck. Ich muss hier nochmal speichern, bevor ich nämlich gleich, wenn ich sterben sollte, dann denke ich, kann hier auf Sandfurt, auf Sandfurt speichern und, ähm, Sandfurt meinte ich. Oha, da ist wieder Ravensseverkehr. wieso, wieso, wieso fliegt mein Rakete? Der hat getroffen, der hat gesessen, der hat gesessen, du Wichser. So, kommst du jetzt wieder, ne? Ne? Ne, bist du, hast du schon genug, hast du schon genug, ne? Du bist nämlich eine kleine Muschi, bist du. Kleine Muschi. Scheiße, ist rückend. Fuck, 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 fuck. Fuck, wo ist er? Oh Gott, der wird mir die Arsch treten. Scheiße. Scheiße. Getroffen. Getroffen. Und jetzt stirb. Ja, nein, du bist nicht gestorben. Fuck. Ähm, jetzt hoffen, ein Paket runterzufüßen. Jetzt stirb endlich. Was kannst du, du kannst dich nicht einfach kaputt gehen direkt bei 1. Schuss. Ne, es wäre ja einfach, es wäre zu einfach. Es wäre sogar zu, für meine Verhältnisse zu einfach. Kindlich und primitiv. So, wenn ich jetzt noch wüsste, ah, genau, da muss ich hin. Das ergibt natürlich Sinn. Was ist das? Oh, eine Leichtchen. An dem Leichtchen kann man drehen. Klautschen muss ich jetzt nur noch. Was ist, äh, wo ist denn hier das? Da. Was ist das? So. Aber, das ist richtig gut. Okay. Reingeht's da. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Hier gibt's ein Gitter. Eine Gitterwand. Und, Tradition. Das ist nochmal, was das ist. Und da ist irgendwas explodiert. Ich frage mich nur, was das war. Äh, Lade Daten. Achso. Ich hab mich schon gewundert, warum ich meine Waffen nicht auswählen kann. Da, da ist sie. Wo bin ich denn jetzt? Was ist das? Gefängnis? Ja, das ist ein Gefängnis, ne? Ja, das ist ein Gefängnis. Das ist ein Prison. Prison Breaker mache ich jetzt. Was bist du? Hm. Verrastete Toilettenschüssel. Äh, hier gibt's nichts Toilettes. Kann ich rein? Kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Ich will da rein. Ich will da überall rein. Ich will da rein. Lasst mich rein. Ich will mich auch reinsperren lassen. Nehmt mich fest. Und dann lebt mich fest. Wo, mie. Woh! Nein, 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 du bist auch eine Wortewässig. Das ist dieses Gemeindevieh. Jürzel Glückwiss, die nicht das Gemeindeviel. Was jetzt los? Das hier ist nichts. Was gibt's hier? Was bist du? Ey, ich muss meine Leute kaput. Fick dich Lauf in die Freiheit, du auch Lauf in die Freiheit Was ist da unten? Da unten ist nix Nein, da ist nix Ich hab gedacht, das ist vielleicht ein Easter Egg Das wäre auch eine einfallslose Position für ein Easter Egg Das müsste man schon noch mal sagen Gut gemacht Meine Verbände, die Töter sind ja Was ist das denn? Nein, das ist nur der Zau Okay Was gibt's hier? Was gibt's hier? Da gibt's wieder Anzug Da krieg ich wieder 75 Anzug Oder Anzug 75 Ja, eigentlich eher Anzug 75 Kann ich die da mitnehmen? Ich will die mitnehmen, schade Bam Bam Okay, sind eine Sanktion Bam Äh, was ist das? Ah, ich halte jetzt Kameras Gibt es Witzel! Dafür gibt's auch die Fresse Da komm ich nicht raus, schade So, so So Was gibt's hier? Bam, bam Bam Money Aber die ist schon voll bei mir Yeah Yeah Ich soll dich eigentlich hochheben, aber irgendwie rutscht da draußen nichts So, ich meine Ich hab gerade den flüchtigen Blick auf die Uhr gemacht Und ich glaube, ich muss jetzt langsam aufhören Ich werde mir doch mal hier vorne eine Uhr vor mich hinstellen und gucken, wann ich anfange Aber ich denke mal, ich höre jetzt auf Und Dann geht's da morgen weiter wieder mit Half-Life Spiel speichern Und überschreiben Und morgen geht's da wieder weiter mit Half-Life Jetzt funktioniert's ja Und bis dann sage ich Tschüss Jetzt Independence Ich hättes da nochgereiz 1400 Diriger